Der Deadline Day steht jetzt tatsächlich unmittelbar bevor und das heißt, dass nur noch sehr, sehr wenig Zeit bleibt, bis wir die Transfers natürlich abschließen können. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Heute soll es mal wieder, obwohl ich ein bisschen krank bin, um die neuesten Transfer-News rund um Hertha BSC gehen. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht so viel Zeit und starten sofort rein mit News Nummer 1 und sprechen nochmal über Friedrich Antrieb-Jörg. Denn dieser wurde gestern offiziell verabschiedet und hat damit Hertha BSC verlassen. Und ich glaube, wie gesagt, dass das ein richtiger Schritt ist. Friedrich André Björkart ist erst im vergangenen Winter vom FK Bodo Glimm zu uns gewechselt, konnte sich hier aber nicht so wirklich durchsetzen. Weder unter Teil von Korkut noch unter Felix Magath und jetzt natürlich auch nicht unter Sandro Schwarz konnte er so richtig Spielzeit sammeln. Und ein Laie ist daher natürlich auch genau das Richtige, genau das, was er braucht, um jetzt natürlich wieder auf alte Leistungen zurückzufinden. Er ist 24 Jahre alt, ist noch jung und entwicklungsfähig und eine Laie würde ihm guttun. Er ist gewechselt zu Fellnord Rotterdam, wie gesagt, auf Basis einer Laie. Diese Laie wird erst mal ein Jahr dauern und Fellnord Rotterdam konnte sich auch noch eine Kaufoption in Höhe von 3 Millionen Euro sichern. Und wenn wir eben auch auf unsere Linksverteideposition gucken, dann sehen wir eben, dass wir dort momentan auch natürlich schon mit Friedrich André Björkart überbesetzt sind. Wir haben Mittelstädt, wir haben Plattenhardt und dann haben wir auch noch junge Talente wie Lukas Ullrich, die sich tatsächlich auch in der U23 an sich richtig gut präsentieren. Das heißt, wir sind auf der Linksverteideposition keinesfalls schlecht besetzt. Und wenn wir dann noch bedenken, dass Plattenhardt der Kapitän ist, dann ist dort kein Platz für Björkart. Und Björkart muss dementsprechend den Verein verlassen, um woanders Spielpraxis zu sammeln. Ich wünsche ihm auf alle Fälle alles Gute in Rotterdam, dass er dort wieder auf alte Leistungen findet. Und dass wir davon natürlich, vielleicht indem Rotterdam die Kaufoption präsentiert, davon profitieren. Denn wir wissen, dass er in allen Fällen ein guter Linksverteidiger sein kann. Er hat zum Beispiel in 109 Elite-Serien spielen in der 1. norwegischen Liga wirklich auch 6 Tore erzielt, 15 Vollein gemacht. Und er war bei Bodo Glimt einer der besten Spieler, keine Frage. Ich wünsche ihm alles Gute und mal schauen, ob er vielleicht hier im nächsten Jahr wieder auf der Matte steht oder ob die Kaufoption bis dahin gezogen wird. So, gehen wir auf die zweite Thematik ein und sprechen über unsere Torwartposition. Vor rund ein, zwei Wochen habe ich ja berichtet, dass der Vertrag mit Rune Jaschen aufgelöst werden soll und dass man nach einem neuen Torwart für die Torhüterposition schaut. Doch das hat sich erledigt. Die Geschäftsführung von Hertha BSC, das heißt auch Freddy Bobic, hat sich dafür ausgesprochen, keinen weiteren Torhüter zu verpflichten. Sano Schwarz hat gesagt, man hat verschiedene Positionen sondiert, man hat sich umgesehen auf dem Markt und man ist zum Entschluss gekommen, keinen weiteren Tor zu verpflichten. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Hertha BSC, so beschreibt es der Kicker, hat den Markt gescannt, Optionen geprüft, Pro und Contra abgewogen und sich dann dafür entschieden, auf die Verpflichtung eines neuen Torwarts zu verzichten. Die Gründe dafür sind mehrschichtig. Und ich denke mal, schauen wir uns diese Gründe an. Und ein Grund ist vor allem unsere bisher besitzte Torwartposition. Man möchte mit einem jungen Trio in die Saison gehen. Oliver Christensen soll dabei die Nummer 1 sein. Und ich denke, in den ersten zwei Saisonspielen hat Christensen, ich sag mal, nee, in den letzten beiden Bundesligaspielen hat Christensen auf jeden Fall bewiesen, dass er ein guter Torwart sein kann. Dort hat er, gegen Gladbach hat er sehr gut gehalten, hat sogar dort eine Elfmeter gehalten. Und gegen Dortmund war er per se auch nicht schlecht. Und hinter Oliver Christensen hätten wir dann Thiag Ernst und Robert Quasigroch. Die beiden Spieler sollen die Torwartposition komplementieren. Und man hat sich dann auch noch zusätzlich in der U19 verstärkt mit einem weiteren Torwart, der erst im Sommer zu uns gewechselt ist. Und zwar Maximilian Mowinke. Er ist ein 18-jähriger Jungspieler vom 1. FC Union Berlin gewesen, der in der vergangenen Saison für den VfL Wolfsburg gespielt hat. Er ist 1,92 Meter groß, ist Torwart, der wie gesagt aus der Jugend von Union und Wolfsburg stammt und dem wir dann für unsere Torwartposition verpflichtet haben. Damit zum Beispiel auch ein Tim Goller möglicherweise als 17-jähriger mal aufrücken kann. Mowinke ist also als 2. Torwart für die U19 vorgesehen, Tim Goller als 1. Torwart für die U19, Robert Quasigroch ist für die 2. Mannschaft als Stammtorhüter vorgewiesen. Natürlich zusammen auch noch mit Philipp Sprint im Verbund. Und dann haben wir wie gesagt unseren Robert Quasigroch, der als 3. Spieler bzw. 3. Torwart für die Profimannschaft vorgesehen ist. Und dann auch mal immer wieder in die 2. Mannschaft reinrötieren kann. Das heißt wir haben sehr viele Torhüter, aber meiner Meinung nach fehlt dort ein bisschen die Qualität auf der Position. Ich finde es sehr, sehr risikoreich dort mit 3 sehr jungen Torhütern reinzugehen. Tiag Ernst ist 19, Robert Quasigroch ist 18 und Oliver Christensen ist 23 Jahre alt. Das ist für mich recht jung, denn auf der Torwartposition braucht man Erfahrung. Ein älterer Spieler, der den jungen Spieler etwas mitgehen kann. Ein älterer Spieler, der auch natürlich in gewisser Form einen Anführer darstellen kann. Der von hinten heraus das ganze Team pushen kann. Und ich würde am liebsten eigentlich einen neuen Torwart verpflichten, damit wir uns dort nochmal mit Qualität und Erfahrung verstärken. Aber genau das wird nicht passieren. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass das vielleicht schief gehen könnte. Aber keine Frage, Christensen hat das Potenzial ein richtig guter Torwart zu sein. Aber was ist, wenn er sich verletzt? Und dann haben wir einen 19-jährigen Tiag Ernst, der noch nie auf Bundesliga-Niveau performt hat. Der auch in der zweiten Mannschaft gar nicht so den starken Eindruck gemacht hat, wie ich es von ihm erwartet hatte. Und dort habe ich tatsächlich ein bisschen Sorge, dass wir dort ganz schnell die Qualität verlieren werden. Aber ich vertraue in dieses Trio, keine Frage. Und ich bin gespannt, was die Zukunft hier vielleicht schon jetzt in der Gegenwart sein kann. Denn das ist ohne Frage die Zukunft. Tiag Ernst hat ein unfassbares Potenzial, genauso wie Christensen und Quasi-Jochen. Und ich bin gespannt, was sie bereits schon jetzt zeigen können. So, dann gebe ich euch natürlich auch nochmal eine kleine Update rund um die Situation von Christoph Piontek. Denn Christoph Piontek kriegt nicht nur Interesse vom FC Kopenhagen zugesagt, sondern wie gesagt auch schon von Galasaterei. Diese wollen sich noch auf der Stürmerposition verstärken und suchen dafür einen neuen Stürmer. Und ich glaube, es ist wichtig, jetzt ganz genau diesen Stürmer abzugehen. Christoph Piontek hat von uns ein überdimensionales Gehalt bekommen. Und es ist wichtig, dass wir jetzt irgendwie diese Personalie loswerden, damit wir unsere Personalkosten mindern können. Ich hoffe jetzt einfach mal auf einen Wechsel zu Galasaterei. Denn wir wissen, Kopenhagen hat Interesse und Galasaterei hat Interesse. Der gleiche Journalist, der vor zwei, drei Tagen behauptet hätte, dass Piontek zum FC Kopenhagen wechseln konnte, hat jetzt zuletzt auch berichtet, dass Cornelius von Trapsonspor für etwa 6 Millionen Euro nach Dänemark wechselt. Und das würde natürlich die Chancen auf einen Piontek-Transfer mindern. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass daher ein Wechsel zu Galasaterei ist dann wohl deutlich realistischer ist. Dort kann er tatsächlich noch bis zum 8.9., weil ich mich nicht ganz irre, hinwechseln, da das Transferfenster dort ein bisschen länger geöffnet hat. Und ich gehe inzwischen auch davon aus, dass wir keinen Ersatz mal für Piontek verpflichten, sondern dass die oberste Priorität sein wird, ja natürlich die Gehaltskosten zu mindern. Und da würde auch grundsätzlich einer Laie helfen. Denn wir wissen, Christoph Piontek soll ausgeliehen werden. Wir möchten die Gehaltskosten aufteilen und wir möchten ihn möglicherweise wieder ins Rampenlicht stellen. Weil er verdient zu rund 4 Millionen bis 5 Millionen Euro Gehalt. Und das heißt, wir wären nur auf 2 Millionen Euro sitzen geblieben. Und das wäre momentan für uns wirtschaftlich natürlich besser, als ihn hier auf der Bank verrotten zu lassen und ihn weiterhin diese 5 Millionen Euro zu zahlen. Also ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas passiert mit dieser Personalie. Ich glaube, wir müssen ihn abgeben. Aber auf einen Ersatz müssen wir, glaube ich, verzichten. Im Zuge der Vorstelligkeit der Hertha BSC-News möchte ich auch heute nochmal berichten, dass heute ein weiteres Gerücht veröffentlicht wurde und zwar von der L'Equipe. Die L'Equipe ist sowas wie der Kicker in Frankreich. Das heißt, eine sehr angesehene französische Zeitung. Und diese französische Zeitung berichtet, dass Hertha BSC, Werder Bremen, Trapsom-Sport und Klubbrücke Interesse hätten, Yusuf Jassissi von Los Glier zu kaufen. Ich habe wahrscheinlich den Namen falsch ausgesprochen. Aber es handelt sich dabei um den 25-jährigen offensiven Mittelfeldspieler von Los Glier, der momentan laut Transfermarkt und Sky einen Marktwert rund um 17 bis 20 Millionen Euro hat. Und ich glaube, damit können wir auch dieses Thema abschließen. Ich glaube nicht, dass man einen Spieler seiner Qualität verpflichten könnte. Er ist unleugbar mit einer der besten Mittelfeldspieler, die Los Glier momentan im Kader haben. Er ist 1,84 Meter groß, ist türkischer Nationalspieler. Tatsächlich hat er schon 39 Einsätze für die türkische Nationalmannschaft gesammelt. Und seine Qualität ist unleugbar zu hoch für uns. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Spieler seiner Klasse verpflichten könnten. Dazu fehlt es uns einfach an sportliche Stabilität, an wirtschaftliche Mittel und vor allem auch an Argumente. Wie wollen wir einen Spieler seiner Klasse überzeugen, zum Abschiedskandidaten Hertha BSC zu wechseln? Das macht momentan für uns keinen Sinn. Und ich glaube, das ist einfach nur billiges Name-Dropping von der Ligue Keep, um natürlich einen weiteren Verein zu benennen, um möglicherweise Druck auf Verhandlungen aufzuheben, wie auch immer. Fakt ist, dass das Fußball natürlich ein Riesentraum für uns wäre, wenn wir ihn verpflichten würden. Ja, aber bezahlen können wir das im Leben nicht. Denn wir müssten dafür natürlich eine Ablösung im 2-stöchigen Millionenbetrag irgendwie hinblättern. Und dazu sind wir einfach momentan, beziehungsweise dazu sind wir auch in den nächsten Jahren nicht in der Lage. So, das war es jetzt mit der heutigen Ausgabe der Hertha BSC News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute Abend plane ich einen Livestream ab 19.30 Uhr natürlich wieder. Bis dahin, genießt diesen Abend, schaltet gerne ein, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft fliegt noch nur die Hertha und die Bundesliga verpasst. Naja, like gerne dieses Video, wir sehen uns und tschüss. Naja, like gerne dieses Video, wir sehen uns.